Sustaga Kapali Asana Kopfstand im Lotus mit Händen auf den Boden. Svenja, Yoga-Lehrerin bei Yoga Vidya, zeigt wie es geht. Du kommst mit aus dem Fersensitz, gibst du die Hände auf den Boden und du gibst den Kopf nach vorne auf den Boden, sodass ein Dreieck entsteht zwischen Händen und Kopf. Dann streckst du die Beine aus und wanderst mit den Zehen zum Kopf hin, hebst dann die Beine, sodass du in den Kopfstand kommst. Kopfstand wird manchmal eben auch genannt. Von hier ausgehend kommst du zum Lotus, gibst einen Fuß auf einen Oberschenkel und den anderen Fuß auf den anderen Oberschenkel. Dann gibst du die Knie Richtung Decke, soweit es geht und hältst die Stellung so lange wie angenehm. Wichtig dabei ist, viel Gewicht auf den Händen und halte die Stellung nur so lange, wie es für deinen Nacken angenehm ist. Anschließend kommst du langsamer oder schneller wieder aus der Stellung und entspannst in der Stellung des Kindes. Sustaga Kapali Asana ist ein wunderschönes Asana, um Gleichgewicht zu entwickeln und auch eine innere Ruhe. Vermutlich kommt Sustaga Kapali Asana von einem Meister, der Sustaga Kapali hieß. Es gibt jedenfalls einen Meister namens Kapalin, der auch in der Hatha-Yoga-Pradibhika erwähnt wird. Kapali, also Abkürzung für Kapalin und vermutlich hat er noch einen Zusatznamen gehabt von Sustaga Kapali. Andere mögen auch sagen, dass Sustaga Kapali die Bedeutung hat eines anderen Meisters. Jedenfalls eine Kopfstandstellung, die sehr gut ist für Gedächtnis, Klarheit des Geistes und die Meditation. Mehr Informationen über dieses Asana und viele andere, dieses Asana heißt auch Mundasana und viele andere Variationen von Chirshasana-Kopfstand findest du auf wiki.yoga-vidya.de.